So, da geh'n wir hoch. Okay, gibt's irgendwas? Nö. Jut. Ist aber ein Stockduster hier, ey. Da gibt's grundsätzlich auch nix mehr, ne? Jetzt gehen wir hier auch hoch. Und dann gehen wir hier hoch. Okay. So. Gehen wir halt hier hoch. Ist ja nicht schlimm. So. Und dann... Das ist ganz schön hoch. Wo muss ich jetzt hin? Ist da hoch, oder? Ja. So. Jetzt gibt's wieder zwei Wege. Wobei, da komm' ich nicht lang, glaub' ich. Dann gehen wir mal hier lang. Okay. Okay, hier sieht's gut aus. Das kann man machen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Lichtbrief. Kapitel 15. Danger. Gut. Gut, dann gehen wir mal hier. Das sieht auf jeden Fall richtig aus, hier. Achso. Okay. Wir laden mal schnell nach. Achso. Was ist denn hier? Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh. So. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Alter, die hat mir irgendeine Drogen gegeben. Die Drogen. Demonstration. Help me make this right. He's come. The fruit of your lust. Your child, your father, the Christ we deserve. Lys! Lys! Oh my God! Lys, Lys, I'm here! Lys, I'm here! Speak to him. Oh God! Ich bin so ein Klassiker. Nein! Mann! Nein! Ich bin dich bebe. Geh auf. Geh auf mich. Stop. You have to tell me. Get off of me. Not unless you answer. No. Fine. Then you have to give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? You're such a pushover, Blake. Okay. Jessica. And Blake. I don't know why you have to be so precious about it. Did Lynn ask you to ask me? I asked first. So? I don't know. Nerd. Shut up. You are. She said to ask, didn't she? Maybe. I don't know. I just wanted to know. You're a nerd too. I know. No. Also, the school looks quite normal here. No. 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 Ich kann nur laufen. Sorry, we... What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Loudermilz. We stayed after school for... journal? We were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. I want you two to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Jessica, do I need to call your father again? No, please. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Does one of you think you can make this right? Jessica? Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God. To let you know right from wrong. And what you want is very wrong. Go home and pray. Stay. Stay. I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Okay. Okay. Ich kann gehen. Bin ich jetzt der... Also, ich bin jetzt quasi der... der junge Blake. stellt sich jetzt die Frage... war ich in jedem Flashback... der junge Blake. Was ist denn los? Okay. Also, hier komme ich schon mal nicht raus, ne? Nein. Hier komme ich auch nicht raus. Das heißt, ich bin hier komplett falsch. Da kann ich auch nicht rein. Ich glaube, der Faller will hier was antun. Nein. Jessica... Ich weiß nicht was du wissen, was du hast... Das ist so... Das ist so... Aaaaah! 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 Aaaaaah! Das ist so... Ddd. B****! Nein! Pasta, der Laufmann wieder. Sollte mich eventuell etwas beeilen. Das ist ja nicht nur richtig. Ich will nicht, dass unser Baby hier hier sterben will. Ich will nicht. Ich will nicht, dass sie dich töten lassen. Wir müssen hier rauskommen. Okay. Trophy erhalten. Soll der Mensch nicht... ...irgendwas machen? Okay. Jetzt gucken wir uns gerade mal eben an. Ach so. Okay. Ich glaube... Wir müssen irgendwo hier lang. Ist das richtig? Wir müssen hier rausgehen. Wir müssen hier rausgehen. Ich sehe fast gar nichts hier. Gehen wir hier nicht rum? Gehe ich da was, Mann? Ok. Hä? Das ist aber auch falsch. Hier kann ich doch gar nicht durch. Hier kann ich doch wieder... Hier. 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 Hier! Wir müssen nach unten gehen bevor die Baby kommt. Es ist zu gefährlich. Wir können nicht... Wir können nicht nach unten bleiben. Ich helfe mir. Bitte, Blake. Ok. Ok. Jesus. Be careful! Fuck! Fuck! Linh! Du bist gut? Ich komme nach unten. Es tut mir leid. 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 Nein! Come on! lumberjum! Ah! Ah! Oh, fuck! Oh, fuck! Jesus Christ, Blake! What the fuck? I think something's wrong. Okay, hier war's. So, wir schaffen das. Halt durch! Komm schon, wir packen das. Komm schon. Hier geht's raus, hier geht's raus. Woah shit! Blake! Guck in me, voice! Guck in me, voice! Guck, guide my hand! Guck in me, voice! Guck, guide my hand! Guck in me, voice. Guck, guide my hand! Guck! Ah! Das war knapp. Ja, komm, den Horn ab. Wo? Bier oder was? Alter, die Welt geht unter. Diese verdammten Satanisten, ey. Gott ist sehr wütend auf euch, ich merke das. Komm, schneller hier, schneller. Ja, komm, wir schaffen das. Oh. Das gucke ich mir gleich an. Es geht hier ab. Wo ist die Kapelle? Ja, Gott ist sehr, sehr wütend auf euch. Okay, wir sind drin. Oh, shit. Shit, shit, shit. You need to lie down. I can't do this. You can. You can do this. Oh, God. Something's wrong. Just keep breathing. Feels like something's wrong. It hurts too much. I know, baby. I know. I know. I know. But you can do this, okay? Just keep breathing. Oh, fuck. Fuck. Oh, God. Oh, God. Keep breathing. Just push. No. Oh, God. No. 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 Linh? Linh. There's nothing in there. Oh, Jesus, God. Linh? 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 Nein, nein! 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 So, Linh said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama? Uh, the play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, like, cheek kiss. So, like, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? Ow! Stop picking up. I got you again. Oh, no. That's... That's... That's the child, isn't it? And I... have taken care of my children. But yours... I am powerless again. The child's too strong already. You've murdered paradise. God has gone silent. Since the storm. The birth. Who will he have, if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children. I killed my children. All of them. Every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all. Crush its skull under your heel. I know. I know God doesn't hear dead men. But I expect he answers them. Yeah. Agh! 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 Okay. Das war strange. Madeline ist gestorben. Knoth ist auch tot. Knot ist tot. Es wird hell draußen. Ich glaube, wir sollten mal langsam zusehen, dass wir hier ein bisschen Land gewinnen. Ich glaube, Oh Gott. Hey Blake, try to find me, I'm over here. I'm over here. Don't worry. I'll never let you go. You'll never let me go. Now the light has gone away. Savior, listen while I pray, begging thee to watch and keep and send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Yeah. Das scheint es wohl gewesen zu sein. Wir sehen auf jeden Fall die Credits. Die lässt sich gerade nochmal durchlaufen. Das Ende kam ein bisschen zügig, fand ich. Jetzt war er wirklich nur blind gefunden. Zack, rausgelaufen. Danke, tschüss. Das Ende, so ungefähr. Ja, meine Meinung. Wie ist meine Meinung zu dem Spiel? Ein kleines Fazit zum Ende. Also, es hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Am Anfang habe ich mir gedacht, so, ja, ist so, mehr so, naja. Euphorie war da, aber nach den ersten 1, 2, 3 Stündchen war so, ja, doch nicht so, wie erwartet. Was aber trotzdem noch heißt, dass es sehr gut gemacht war. Aber halt nicht das, was die Erwartung, hat den Erwartungen nicht so ganz entsprochen. So, ab der, ab der Hälfte ungefähr, hat es dann nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Da hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Und das Ende, ja gut, das Ende, kann man sich drüber streiten. Direkt mal einfach. Aber im Großen und Ganzen sehr gelungen. Der Gruselfaktor war jetzt nicht unbedingt immer so gegeben. Aber das ist, das wollte das Spiel, glaube ich, auch gar nicht. Es war mehr so ein, ähm, mehr so der, der Jumpscare-Horror. Und das hat es echt ganz gut gemacht. Atmosphäre war natürlich auch super, aber wie gesagt, halt nicht so die, diese klassische Grusel-Atmosphäre, ne. Ja. Wertung, was würde ich für eine Wertung geben, wenn ich es müsste? Also, ich mache das ja immer ungerne, so Wertungen vergeben. Ähm, wenn ich, äh, ich würde eine 7,5 von 10, würde ich sagen. Das wäre so meine, meine Wertung. Ja, ähm, ich lasse mal noch so lange die Credits durchlaufen. Und halt mal so lange die Klappe. Und halt mal so lange die Klappe. Und ich würde, äh, ich würde einfach mal so lange die Klappe. Und halt mal so lange die Klappe. Und halt mal so lange die Klappe. Und halt mal so lange die Klappe. Ja, wie gesagt. Okay, also großartig, kommt da jetzt nichts mehr. Ich kann jetzt Kapitel auswählen. Genesis, hier. Sechs an der Zahl sind es. Die könnte ich jetzt nacheinander nochmal spielen. Ob und wann ich das machen werde, weiß ich noch gar nicht. Mal sehen, vielleicht. Aber erstmal wird ein bisschen Zeit ins Land vergehen. Und dann schauen wir mal. Als nächstes würde ich jetzt ganz gerne auch nochmal den ersten Teil Outlast spielen. Den habe ich ja noch gar nicht. Den hatte ich zwar hier, also war mit in dem Trinity-Paket drin. Den würde ich ganz gerne noch mal irgendwann bei Gelegenheit spielen. Ansonsten, ja, schauen wir mal, wie es so weiterläuft, ne? Ähm, ja. Damit würde ich sagen, war es das. Vorerst für Outlast 2. Wer jetzt immer noch mit dabei ist, kriegt ein ganz, ganz dickes Dankeschön von mir. Ich glaube, viele werden schon bei den Credits mal abgeschaltet haben. Also, wer immer noch dabei ist, danke, danke fürs Zusehen, fürs Dabeisein. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Beim nächsten Let's Play, ich weiß noch gar nicht, was es wird. Schauen wir mal. Lasst euch einfach überraschen. Ansonsten, ja, wie gesagt, vielen Dank. Lasst gerne eine Bewertung da oder einen Kommentar, würde mich darüber freuen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, auch gerne ein Abo. Das natürlich auch immer. Ne? Dann könnt ihr kein Video mal verpassen. Okay. Äh, ja. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal Feierabend. Ihr solltet das auch tun. Oder euch ein anderes Video reinziehen von mir. Oder gerne auch von jemand anderem. Ähm, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Mitdabeisein. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn es wieder heißt, Let's Play. Bis dahin. Macht's gut. Haut rein. Und tschüss. Ciao. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. There's a father up above, and he's looking down in gloves. Be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little hens, what you do. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. There's a father up above, and he's looking down in gloves. So be careful, little eyes, what you do. Oh, be careful, little mouth, what you see. Oh, be careful, little mouth, what you see. Hey, there's a father up above, and he's looking down in gloves. So be careful, little mouth, what you see. Hey, the outsider! Oh, be careful, little head. Oh, be careful. Untertitelung des ZDF, 2020